Musik Ja, grüß Gott aus dem Kunsthandel Stefan Andrewitsch in der Stallburggasse 2. Ich darf Ihnen heute eine Jahresuhr zeigen, eine Wiener Jahreslaternloh präsentieren, die nicht nur von einem sehr berühmten Uhrmacher stammt, sondern auch einige Besonderheiten aufweist. Zum Ersten, optisch sehen Sie eine sehr wohlproportionierte, elegante, 150 cm große Jahresuhr mit einem Sekundenpendel. Das heißt, dass die Uhr in einer Minute 60 Halbschwingungen ausführt. Im Eilzieferblatt feine, feuervergoldete, randrierte Lünette, Stahlzeiger, kleine Sekunde. Das Kompensationspendel ist sogar die Querstäbe nummeriert, um sie beim Zerlegen wieder exakt zusammenbauen zu können, mit Schlagstempeln an den Querverstrebungen und an den Stäben. Also eine echte Kompensation. Das Pendel hängt an einer Schneideaufhängung, ganz normal, für Präzisionshuhren, derzeit um 1835. Das Uhrwerk verfügt über einen Graham-Anker. Die Seiltrommel hat Rillen, um ein überkreuzender Stahlschnurder der Darmseite zu verhindern. Ein schweres Gewicht, die Uhr braucht das, einen sehr feinen Flaschenzug für Johann Michael Gessner, nicht ungewöhnlich und alles in allem ein feines Präzisionswerk. Das Zifferblatt wurde nicht neu geschrieben, ist in einem Originalzustand, Signaturen Johann Michael Gessner in Wien. Aber wer war der Uhrmacher? Er wurde in Alsagrund geboren, 1803 als Sohn des Werkmeisters und Großurmachers Johann Michael Gessner. Der wiederum war ein Schüler, Lehrling, Geselle des berühmten Philipp Pferdbauer in der Herngasse in Wien. Also eine Uhrmacher Tradition vorgegeben, Johann Michael Gessner könnte bei seinem Vater gelernt haben. Er war zwischen 1829 und 1843 Mitglied der Wiener Großurmacher Zunft, hat 1833 geheiratet und starb in Rodauen 1856 im Alter von 53 Jahren. Wenn Sie mehr über Johann Michael Gessner, die Daten habe ich übrigens aus unserer zweibändigen Publikation, die Wand- und Bodenstandur in der Habsburger Monarchie im zweiten Band über 14.000 Uhrmacher entnommen. Wenn Sie mehr über den Meister erfahren wollen, sich die Uhr ansehen wollen, freuen wir uns über Ihren Besuch. Wenn Sie eine ähnliche Uhr zu verkaufen haben oder Kenntnis haben über jemanden, und der eine ähnliche Uhr zu verkaufen gedenkt, freuen wir uns immer über Anbote und freuen uns über Ihren Besuch in der Stallbordgasse hier im Herzen Wiens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017